Guten Abend liebe Leute, nächste Umfrage gibt es heute und zwar zum Thema Pokal, denn ja der soll stattfinden am 12. oder 13. Das ist die erste Frage. Wann habt ihr Zeit? Ich möchte natürlich den Tag nehmen, an dem die meisten Leute jetzt hier sagen, sie haben Zeit und Bock zu spielen. Und zweite Frage ist dann das Format. Da habe ich schon mal kurz im Daily gefragt, da kam nur eine Rückmeldung und das ist jetzt auch eine Antwortoption. Alle Spiele Best of One und die weiteren sind dann eben Best of One bis zum Viertelfinale, Halbfinale Best of Three und Finale Best of Five oder Best of One bis Viertelfinale, Halbfinale und Finale Best of Three oder Best of One bis Halbfinale und das Finale Best of Three. Grundsätzlich zum Ablauf des Turniers, Start ist für 13.00 jetzt erstmal angedacht und dann soll es so sein, dass ja alle Spiele aus der ersten Runde starten, dann wahrscheinlich Best of One. Das ist auf jeden Fall am Start so, dass man da vielleicht auch noch ein kleines Upset hier oder da vielleicht erwischen kann oder so und dann wird, wenn alle Spiele fertig sind, wird die nächste Runde ausgelost. Also es gibt kein Bracket, der so stringent durchgeht von allen Seiten, sondern es wird jede Runde neu gelost, wie halt beim Fußball-DFB-Pokal zum Beispiel. Da wird ja auch jede Runde neu gelost und ja, das testen wir einfach mal. Ich weiß nicht, was rauskommt. Ich würde mich freuen, wenn ein paar Leute Bock haben mitzuspielen, möglichst viele natürlich, weil dadurch wird es dann wahrscheinlich auch ein bisschen interessanter und ja, dann bin ich mal gespannt, wann ihr am besten Zeit habt, damit die meisten Leute mitspielen und welches Format ihr am liebsten haben würdet und dann war es das für heute. Fleißig mitmachen und dann noch einen schönen Abend, gute Nacht, kommt gut in den Donnerstag. Hau rein! Fl görüş mitmachen! Flaket